Hallo und herzlich willkommen. Die steigende Anzahl an Emittenten am Schuldscheinmarkt bietet den Anlegern zusätzlich zunehmend größere Aufwahlmöglichkeiten. Die Vielzahl der Emittenten macht aber auch den Investitionsprozess zunehmend anspruchsvoller. Insbesondere in Phasen hoher Marktbeanspruchung, wenn gleichzeitig viele Dienste in der Vermarktungsphase sind, fällt es manchen Investoren schwer auszuwählen. Ob sie nun ihre Anlagen diversifizieren möchten oder sich lieber auf Freak & Borrower fokussieren möchten, wir haben untersucht, wie man diesen Prozess etwas unterstützen, etwas vereinfachen kann. Es zeigt sich nämlich, dass einige Branchen in der Vergangenheit seit 2008 sehr viel häufiger am Schuldscheinmarkt präsent gewesen sind als andere Sektoren. Darüber hinaus zeigt sich auch, dass innerhalb der Sektoren einzelne Emittenten im Durchschnitt mit einer sehr unterschiedlichen Häufigkeit, Wahrscheinlichkeit wieder an den Schuldscheinmarkt kommen. Wenn Sie sich also eher für die Diversifizierung Ihrer Anlagen interessieren, könnten beispielsweise Sektoren wie erneuerbare Energie, Öl und Gas und Haushaltsprodukte für Sie interessant sein. Möchten Sie sich vielleicht auf begrenzter Ressourcen, aufgrund begrenzter Ressourcen, lieber auf die Freak & Borrower fokussieren, könnte es sein, dass Sie sich eher für industrielle Dienstleistung, Handel und Gesundheit interessieren. Diese Ergebnisse, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, werden noch ausgeprägt, wenn man sie mit anderen Faktoren kombiniert, wie zum Beispiel der Umsatzgröße des Emittenten. Es zeigt sich nämlich, dass große Emittenten aus den sehr aktiven Sektoren mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit wieder am Schuldscheinmarkt aktiv sind. Hingegen sind kleinere Unternehmen aus den rareren Branchen eher seltener ein zweites Mal vertreten. Darüber hinaus haben wir herausgefunden, dass es weitere Strukturmerkmale gibt, die man nutzen kann, um dieses Emittentenuniversum aufzuteilen. Wenn Sie also mehr darüber wissen möchten, wie man das Emittentenuniversum klastern kann, um Ihren Investitionsprozess zu unterstützen, schauen Sie doch einfach mal in unseren kürzlich veröffentlichten Research Report, verfügbar unter unserer Homepage, hier der deutsche und der englische QR-Code für die entsprechende Publikation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund!